Hallo, mein Name ist Josef Buntschuh und ich bin Schauspieler. Ich habe im letzten Jahr gelernt hinzuhören. Früher war mir alles zu laut und zu schnell. Jetzt sitze ich oft abends auf meinem Balkon und höre die Stille. Ich höre die Bars und Restaurants, die nicht geöffnet haben. Ich lausche den Theatervorführungen und Konzerten, die nicht stattfinden. Und ich werde ganz ruhig. Ich sage selber auch nicht mehr viel. Ich hoffe, dass wir bald eine Ausgangssperre haben, wie andere Länder auch. Dann wird es noch stiller. Schweigen auch Sie und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017